Lege Distanz innerhalb von 5 Sekunden, nachdem ihr auf einem Regenschirm oder Reifen gehüpft bist, Distanz beim Schwimmen zurück. Also wie ihr seht, hier unten befindet sich die lockere Lagune, da habt ihr sehr viele Schirme. Ich würde euch aber empfehlen, hier oben zu landen, da die meisten Gegner wahrscheinlich unten landen und hier keiner einen Schirm vermutet. Also hier oben beim Hügel, wo ihr die Sprungfläche von der letzten Aufgabe hattet, befindet sich auch ein Schirm. Springt auf den Schirm, springt dann hier ins Wasser rein, schwimmt jetzt 10 Meter und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.